Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich mit euch über Hautpflege sprechen. Und zwar meine liebsten, ja ich würde 1, 2, 3, 4, 5, Top 5 Skincare-Produkte aus der Drogerie, auf die ich persönlich nicht mehr verzichten möchte. Es sind Produkte, die mir helfen, meine bestehenden Skincare-Produkte so ein bisschen zu verlängern. Ganz ehrlich, manchmal darf es auch ein Hyaluronsäureserum für 3 Euro sein, anstatt für... Ich glaube, ihr habt es wirklich schon gesehen, die Kommentare waren wild. 98? 100? 105 Euro? Ich bin nicht Beyoncé, wir sind alle nicht Beyoncé. Wenn du Beyoncé bist, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du mein Video siehst. Hi Freunde. Ich habe wirklich so ein paar Produkte mitgebracht, die ich euch einfach zeigen möchte, weil ich der Meinung bin, dass die für jede und jeden von euch eigentlich ganz gut funktionieren sollten, um so eine grundlegende Skincare-Routine mit drin zu haben. Und wir starten tatsächlich auch mit dem ersten Produkt und für mich das Wichtigste in dieser Jahreszeit. Und das ist von Sun Ozone, das Sonnenfluid. Das ist mittlerweile meine dritte Flasche. Die gibt es aktuell nur bei Rossmann im Sortiment vor Ort. Hier ist kein Mikroplastik und keine Oktikrolene mit drin und soll 82% ökologische, leicht abbaubare Inhaltsstoffe haben. Es ist ein Lichtschutzfaktor von 50 mit einem UVA- und UVB-Schutz. Wenn mich nicht alles täuscht, ist UVA für die Hautalterung und UVB für die Hautbräune zuständig. Beides ist natürlich total schädlich. Es geht um verschiedene Lichtwellenlängen, die je nachdem in verschiedene Hauttiefen eindringen und die Haut einfach kaputt machen. Ich habe ein ganz, ganz tolles Bild. Ich zeige euch das gerne mal von einer Dame, die lange LKW gefahren ist und immer dieselbe Route. Da sieht man, wie krass die Sonne einfach die Haut zum vorzeitigen Altern, generell zur schnelleren Reproduktion. Die Zellen teilen sich einfach anders und dabei geht natürlich sehr, sehr viel kaputt. Es ist ein sehr, sehr, sehr gutes Produkt, muss ich sagen. Sie schmiert nicht, sie weißelt auch eigentlich nicht so, eigentlich gar nicht. Ich zeige euch mal kurz einen kleinen Texturswatch. Das ist natürlich nicht ansatzweise die Menge, die man braucht. Aber sie riecht einfach nur nach Sonnencreme, hat jetzt keine zusätzlichen Duftstoffe mit drin und hinterlässt ein sehr, sehr schönes Gefühl auf der Haut und versorgt die Haut mit Feuchtigkeit. Gerade jetzt im Sommer ist sie auch natürlich noch mehr ausgetrocknet als sonst und mit ein bisschen Hyaluron funktioniert das Ganze sehr, sehr gut. Ich teste mich auch gerade so ein bisschen durch verschiedene Sonnencremes in der Drogerie durch. Ich habe eine gekauft, die ich dramatisch schlecht finde. Also das ist wirklich das Schlechteste, was ich jemals gekauft habe von Niversan, der getönte Sonnenschutz-BB. Prinzipiell ist die Idee gar nicht schlecht gewesen. Das Problem ist nur, dass ihr natürlich niemals eine ebenmäßige Deckkraft mit hinbekommt, auch wenn ihr so viel benutzen solltet, dass es ebenmäßig wird. Es funktioniert aber nicht, weil es natürlich einfach an verschiedenen Stellen der Haut sich so ein bisschen unebenmäßig absetzt. Und dann sieht das Ganze sehr, 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 sehr fleckig aus. Und so hoch ist dann die Deckkraft nicht. Da nehme ich dann lieber einfach nochmal eine leichte Foundation rüber und verteile sie mir mit dem Schwämmchen, dass das Ganze ebenmäßiger ist. Ein Produkt, auf das ich nicht mehr verzichten möchte, was ich hier gerne noch mit reinnehme, ist von Asam die Aqua Intense Supreme Cream. Ich glaube, die gibt es auch mittlerweile bei Rossmann. Aber ihr wisst es vielleicht schon, ich bin ja Asam Ambassador und ich habe einen permanenten Code bekommen, mit dem ihr immer Geld sparen könnt. Und das ist in diesem Monat Maxim-07. Ich gehe davon aus, dass er sich jeden Monat auf 08, 09, 09, 10 ändern wird. Aber wenn ihr ein paar Asam-Produkte testen wollt, Aqua Intense ist wirklich für mich die Reihe, die am aller, allerbesten funktioniert. Keine Duftstoffe, sehr, sehr reichhaltig, aber trotzdem nicht zu fettig. Sie zieht schnell ein und das ist eine Creme, die funktioniert immer, immer bei jeder und jedem. I love it. Ein Produkt für die Lippen, da bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Das ist das Classic Carmex Lip Moisturizer. Ich mag den Geruch eigentlich ganz gerne. Ich finde den Geschmack nur irgendwie komisch. Es ist ganz verrückt. Das ist ein Make-Up Artist Favorite Produkt. Das hat jeder Make-Up Artist und jede Make-Up Artistin in ihrem Make-Up Kit mit drin, weil sie die Lippen einfach sehr, sehr schnell, sehr, sehr schön glatt macht. Die meisten tragen das mit einem Q-Tip auf und gehen dann 10 Minuten später einfach über die Lippen rüber und nehmen dann die toten Hautschüppchen ab. Davon gebe ich mir wirklich sehr, 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 sehr viel abends immer rauf, einfach, dass ich am nächsten Tag schöne gepflegte Lippen habe. Der Geschmack ist spannend. Also es riecht halt einfach super, super natürlich und so ein bisschen minzig. Es ist ganz spannend. Probier jetzt mal aus. Es gibt das auch in einer Stickform. Aber was wirklich sehr, sehr gut ist, ich nehme mir meistens, ich habe ja so Probleme mit meiner Nagelhaut. Ich polke ja wie von einer Tarantel gebissen und wenn ich nervös bin oder wenn ich Stress habe. Und dann gebe ich mir einfach so ein bisschen Carmex hier auf meinen Nagel und reibe mir damit dann die Nagelhaut ein. Und ich finde, dass das besser hilft als ein Nagelöl. Fragt mich nicht warum. Es, vielleicht ist es auch nur Einbildung, aber die Haut wird dadurch natürlich sehr schnell, sehr, sehr weich. Und ich finde, die Nägel haben dann auch immer so einen richtig schönen Glanz drauf. Carmex, es ist ein bisschen teurer für eine Lippenpflege, aber das ist mir persönlich ganz wichtig, dass man davon nicht abhängig wird. Bei Labello ist es oft so, oder ja, bei Labellos, Labellos, benutzt sie und wenn du aufhörst, wird es noch schlimmer. Das ist hier nicht der Fall. Das wirkt und du kannst es abnehmen und dann kannst du es sechs Monate später wieder benutzen. Deine Lippen freuen sich einfach, dass du es benutzt, aber sie schreien nicht danach. Was für eine Metapher. Ein Serum, welches mir persönlich super, super gut gefällt, ist das Isana Pure Serum. Das ist feuchtigkeitsspendend mit Hyaluronsäure und Panthenol. Hier ist nichts drin, was da nicht rein soll. Kein Parfüm, keine Silikone, keine Parabene, keine Paraffine und kein Mikroplastik. Kommt in einer Glasflasche und ist von der Viskosität her ganz spannend. Also Hyaluronsäure ist ja doch immer ein bisschen dicker. Das geht aber ein bisschen in die flüssigere Richtung. Liegt einfach daran, dass da natürlich noch Panthenol mit drin ist. Zieht sehr, sehr, sehr schnell ein. Ist natürlich nicht beduftet und ist so ein... Ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten, was Pflege, Pflege, Pflege aus der Drogerie angeht. Vor allen Dingen bei Masken, bei Gesichtsmasken. Da ist für mich der langfristige Wirkungseffekt einfach nicht gegeben. Hier bei dem Serum ist es aber so, du gibst einfach schön Feuchtigkeit in deiner Haut und kannst dann weitermachen mit deiner Hautpflegeserie. Die Isana Pure Real könnt ihr euch eh gerne mal anschauen. Ist mir wirklich meiner Meinung nach sehr gute. Ich vertrage natürlich sehr viele Produkte, muss ich sagen. Also es gibt selten Produkte, wo ich sage, das vertrage ich persönlich jetzt nicht. Aber das ist ein Produkt, ein Stable, wenn ihr eine günstige Pflegeserie aufbauen möchtet. Die Isana Pure Reihe und vor allen Dingen dieses Hyaluronsäure Serum. Es zieht schnell ein und es wird nicht so doll klebrig. Das ist immer so ein bisschen schwierig bei Hyaluronsäure Serien. Die meisten werden immer so ein bisschen sticky. Eignet sich dadurch natürlich aber auch perfekt, um als Primer Alternative zu fungieren. Und wir haben hier noch ein Produkt von Balea. Das ist das Niacinamide Serum mit 10% Niacinamiden und 1% Zink. Zink und Niacinamide sollen dafür sorgen, dass das Porenbild verfeinert wird und Unreinheiten schneller abheilen bzw. gar nicht erst auftauchen. Es trocknet natürlich so ein bisschen aus. Gerade Zink ist dafür bekannt, dass es die Haut etwas austrocknet. Deswegen sage ich euch immer, wenn ihr Niacinamid Serum und meistens ist dann Zink, ist immer mit Zink mit drin, weil sie einfach in eine Symbiose gehen und die Haut dann sehr, sehr schön machen. Ist das aber eine gute Serum. Geht aber unbedingt mit Feuchtigkeit danach rüber. Wenn ihr zu einer trockneren Haut neigt. Ihr könnt damit, was ich damit meistens mache, ist punktuell zu arbeiten. Ich habe ja eine recht reine Haut. Im Moment habe ich hier an der Seite so ein paar Stresspickelchen bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt bei 10 Kilo Foundations. Aber dann gehe ich damit punktuell wirklich rauf. Ich habe natürlich für Beauty Mates auch noch meinen Anti-Pickel-Booster, den man punktuell raufgeben möchte. Aber wenn es ein bisschen günstiger sein darf und wir sind alle gerade dabei, so ein bisschen Geld zu sparen, dann ist das ein wirklich gutes Serum. Ich muss auch sagen, dass es sehr, sehr schnell funktioniert und auch sehr, sehr schnell wirkt. Also wenn du es abends raufmachst, am nächsten Tag ist der Pickel tatsächlich auch schon wesentlich kleiner. Große, große Empfehlung. Ein Produkt, da werde ich wahrscheinlich gelünscht von den ganzen Skincare-Expertinnen und Experten, aber das ist Vaseline. Und ich weiß nicht, ob ihr den Trend Slugging kennt. Slugging heißt, dass du wirklich deine 20-Steps-Skincare-Routine machst, die ihr habt, entweder ihr Bruder oder Beauty Mates, je nachdem, was ihr benutzt. Und das Ganze abschließt mit Petroleum-Jelly. Es muss nicht unbedingt Vaseline von Vaseline sein, das ist ja die eigene Marke, gibt es viele. Aber dieses Petroleum-Jelly, das ist, ich kannte es vorher auch nicht, wie so ein Schutzmantel. Gerade wenn ihr zu sehr, sehr, sehr trockener Haut neigt, ist das ein Produkt, was ihr über euer Gesicht geben könnt. Und wascht das bitte morgens auch wieder ab. Aber sorgt einfach dafür, dass die Haut nicht atmen kann, aber die Feuchtigkeit im Gesicht bleibt. Ich verlinke euch mal ein Video von James Welsh, glaube ich, der darüber ein Video gemacht hat und das auch so ein bisschen erklärt hat, dass der Irrglaube da ist, dass das irgendwie ganz, ganz schlecht für die Haut ist. Vaseline bzw. Petroleum-Jelly ist aber so stark gereinigt, dass es einfach für die Haut, also im medizinischen Bereich auch benutzt werden darf. Ich trage mir das, nachdem ich eine Nagelflege gemacht habe, auf meine Nägel rauf, einfach um das Nagelöl oder die Nagelflege so ein bisschen besser einziehen zu lassen. Oder aber auch, wenn ihr eine Lippenmaske drauf habt, wie beispielsweise Carmex, gebe ich das im Anschluss dann rüber. Seid ein bisschen vorsichtig, spielt euch damit so ein bisschen ein. Vor allen Dingen wartet vielleicht noch ein paar Wochen und Monate, bis es soweit ist. Aber das funktioniert für mich tatsächlich sehr, sehr gut, wenn ich einfach diesen super, super Glow haben möchte. Ja, Freunde, keine Ahnung, was da passiert ist. Wahrscheinlich war die Speicherkarte voll und das Video hat abrupt einfach aufgehört. Deswegen herzlich willkommen in meinem noch nicht ansatzweise eingerichteten Office. Aber ich wollte das Video natürlich an der Stelle auch nochmal vernünftig beenden und nicht einfach das Video auslaufen lassen. Was ich noch sagen wollte bezüglich der Vaseline, Kylie Cosmetics hat so einen Balsam-Highlight herausgebracht, der vermutlich auch nur aus Vaseline besteht. Ich benutze Vaseline sehr, sehr gerne auf den Lippen, auf den Fingernägeln oder natürlich im Winter, wenn ich so eingewachsene Barthaare habe oder so und Pflege drauf habe und Feuchtigkeit brauche, dann im Gesicht. Ansonsten bin ich super, super gespannt, was ihr für Drogerie-Favoriten im Skincare-Bereich habt. Ich muss mich mal so ein bisschen an No-Cosmetics herantesten. Das werden wahrscheinlich viele von euch auch schon in den Favoriten haben. Schreibt mir aber gerne mal ein paar Tipps und Tricks in die Favoriten und dann bedanke ich mich, dass ihr heute mit dabei wart. Schaut bei Asam gerne mal vorbei, da könnt ihr ab sofort immer etwas sparen mit meinem Kurz. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Tschüss!